Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns der vergangenen Bücherwoche. Einer Woche, die ein absolutes Highlight hatte und eine kleine Enttäuschung. Also ja, es sind zwei Bücher geworden. Daneben habe ich auch weiterhin mir Downton Abbey angesehen, habe die fünfte Staffel beendet, bin in der sechsten Staffel angekommen und glaube, dass ich jetzt in der Woche sozusagen auch noch die sechste Staffel beende, sodass ich dann in meinem Urlaub auch serienfrei bin. Also ich suche mir irgendwas, aber eigentlich habe ich nicht vor, im Urlaub irgendwie Serie zu schauen. Zudem heute sind wir in Münster. Also wenn ihr die Bücherwoche seht, bin ich in Münster unterwegs und vielleicht habt ihr ja noch Lust, spontan um 11 Uhr dazuzukommen. Wir treffen uns an diesem Vorplatz am Bahnhof, am Hauptbahnhof und wer Lust hat, um 11 Uhr ist da Treffpunkt. Vielleicht seht ihr das ja noch früh genug. Ich freue mich sehr auf Münster, ich freue mich sehr auf die Reise, Ich freue mich ja tatsächlich aufs Autofahren, aufs Ankommen, auf Thorsten, auf die Menschen, auf Münster, auf das Booktuber-Treffen, wo viele kommen, die ich zum ersten Mal kennenlerne und auch viele, die ich eben schon kenne, freue ich mich wirklich sehr und auf die Tage auch einfach in Münster, weil mir das letztes Jahr super gut gefallen hat und dann ist ja im Grunde auch schon Urlaub. Also August ist jetzt nah und somit dann natürlich auch der Urlaub und darauf freue ich mich sehr. Ich war auch im Kino, ich habe mir Yesterday angesehen, dazu möchte ich dann später auch noch ein bisschen was erzählen. Aber wir fangen chronologisch wie immer mit den Büchern an. Ich begann die Woche mit dem Hörbuch Der Elefantenflüsterer von Lawrence Anthony, ein Hörbuch, über das ich irgendwann irgendwie mal gestolpert bin. Ja, und das habe ich diese Woche gehört, weil mir tatsächlich einfach nach so einem echten Buch war, nach einer echten Geschichte war und ja, ich halte Elefanten sowieso sehr, sehr mag und immer wieder gerne darüber lese. Und dann habe ich, ja, Aragon beendet. Das Erbe der Macht von Christopher Paolini ist der letzte Teil der Reihe und das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Enttäuschung und warum, ja, das natürlich dann auf jeden Fall später. Ja, wir starten mit Der Elefantenflüsterer von Lawrence Anthony. Ich hatte ja vor Jahren Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel gelesen, fand ich wirklich großartig und bin seitdem immer mal wieder hängen geblieben bei Tiergeschichten, bei Menschen, denen etwas Besonderes auch mit Tieren passiert ist oder die sich mit Tieren irgendwie verbunden haben. Und so bin ich dann irgendwann auch auf Lawrence Anthony gestoßen, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Der ist ja 2012 oder 2013 an einem Herzinfarkt in Südafrika gestorben. Es gibt jetzt wohl auch ein Buch von seiner Frau, die wir in dieser Geschichte hier im Grunde auch schon kennenlernen. Und ja, Lawrence Anthony ist wahrscheinlich so manchen ein Begriff, denn er hat damals als 2002, als im Iran, Irak, ja, der Krieg im Grunde ausgebrochen ist, war er für diese große Zoo-Rettung in Bagdad verantwortlich und hat die Tiere aus ganz katastrophalen Verhältnissen im Grunde rausgeholt, weil wenn natürlich Krieg ist, denkt keiner an Zootiere. Ich meine, manche lassen ja auch ihre Haustiere zurück und natürlich geht ein Mensch immer vor Tier. Das ist wahrscheinlich jetzt die politisch korrekte Aussage. Also ja, ich möchte das jetzt gar nicht weiter, weil sonst werde ich hier sehr emotional. Das machen wir auf keinen Fall, aber ich fand das damals mega interessant von seiner Arbeit. Aber ich habe das auch nicht jetzt mit dem Elefantenflüsterer aus Afrika in Verbindung gebracht, wenn ich ehrlich bin. Es war dann eher so, dass, ah, der ist das, ne? Also diesen Effekt gibt es. Ja, in der Geschichte, sie beruht eben auf wahren Begebenheiten, auf wahren Geschichten, die er eben uns näher bringt aus seiner Zeit in Afrika. Er hat ja eine Lodge betrieben oder betreibt diese auch noch und bekommt eines Tages eine Gruppe von Elefanten, die als Problemelefanten bekannt sind. Die Gruppe bricht ständig aus, greift Menschen an, ist sehr aggressiv Menschen gegenüber. Und ja, diese Gruppe Elefanten kommt bei ihm an. Und ja, er versucht sie so ein bisschen in seine Landschaft, in seine Lodge zu integrieren. Es ist natürlich nicht nur Tierschutzarbeit dabei, sondern man hat natürlich auch, man möchte natürlich auch Menschen diese Tiere näher bringen. Das heißt, sie müssen irgendwo schon, ja, sie selbst bleiben, aber dürfen eben auch kein aggressives Verhalten gegenüber Autos oder Menschen haben, weil sonst kann man sie natürlich nicht irgendwie für eine Safari auch anderen Menschen zeigen. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, ist eine Safari, ist eine Lodge, wie ist das mit dem Naturschutz? Aber die Tiere sind an und für sich eigentlich für sich. Sie können in diesem Bereich, der sehr groß ist, hingehen, wo sie wollen. Und das bringt uns Lawrence Anthony auch wirklich nahe. Also wie er trotz dieser Distanz, die er warnen möchte, trotzdem versucht, diese Tiere zu beruhigen, sie zu verstehen und wie er das macht. Und ich fand das großartig. Ich fand die Herangehensweise faszinierend. Ich fand es toll, wie er uns seine Probleme erzählt hat. Also das natürlich auch alles immer eine Geldfrage ist, dass auch gerade in einem Land oder auf einem Kontinent wie Afrika es mit diesen Stammeskriegen immer schwierig ist, da irgendwie, ja, auch Menschen vor Ort zu finden, die das unterstützen, die sich auch öffnen für diese Art von Schutz. Dass manche halt auch einfach nicht sehen, dass irgendein Tier unter Naturschutz steht, es trotzdem geschossen wird über Wilderer, will man erst gar nicht anfangen. Wir sind hier sehr oft live mit dabei, wie das mit Wilder ran, was da vor sich geht, was dahinter steht. Und man begreift Zusammenhänge viel, viel besser, wenn sie uns so einfach erzählt werden. Und ich bin eigentlich der Meinung, so ein Buch ist Pflichtlektüre für alle, die immer noch nicht verstanden haben, warum man Tiere auf unserer Welt schützen sollte. Damit möchte ich gar kein radikaler Tierschützer werden. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein manchmal vieles verändern würde, wie es ja im Grunde mit allem ist, auch mit Naturschutz. Man muss sich eben manches einfach nur vor Augen halten. Da nützt auch eine CO2-Steuer nichts, die irgendwie im Gespräch ist, weil ich denke, das wird das Verhalten der Menschen trotzdem nicht verändern, wenn sie den Sinn dahinter einfach nicht verstehen. Also und auch nicht erzählt wird, was, also ja, ich werde jetzt so politisch und das will ich eigentlich gar nicht werden. Aber es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, sehr berührt. Und gerade wenn es eben um so diese riesigen Tiere geht und auch ich selbst war ja schon in Kenia in sehr jungen Jahren und da waren wir auch auf einer Safari leider keinen Elefanten getroffen. Aber wenn man da einfach Wildtiere sieht, die man einfach schon aus einer Entfernung beobachtet, aber wo man einfach spürt, die sind frei. Und das hat mich als Kind, ja mit 11, 12, sehr beeindruckt. Also dieses, die machen einfach ihr Ding, stehen nicht einfach nur in einem Zoo herum und dabei ist ein Zoo vielleicht sogar noch besser als ein Zirkus. Also ja, und man merkt einfach, dass da eine ganz andere Stimmung herrscht. Also man bildet sich das vielleicht auch ein, ich will, ne, das wird vielleicht nicht an Menschen so gehen, aber es gibt keinen Menschen, der Wildtiere beobachtet hat, der nicht ähnliche Gefühle und Gedanken hatte wie ich. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch was dran ist, dass die Tiere einfach schon sich ihrer Freiheit auch bewusst sind oder eben dann ihrer Gefangenschaft. Und ja, auf jeden Fall ein Thema, was in dem Buch, es tut vielleicht Schweife jetzt so ein bisschen ab, aber einfach, weil mich das Buch auch sehr berührt hat. Es war an manchen Stellen natürlich lustig und auch viele Dinge sehr unterhaltsam, die ihm passiert sind. Es gab viele sehr traurige Dinge, die passiert sind und natürlich auch so Dinge, über die man sich aufregt. Also das ist schon sehr emotional. Das hat alles so aus mir auch herausgeholt und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich glaube, das lag nicht nur am Schreibstil von Lawrence Anthony, der das so mit seiner doch sehr eindringlichen Stimme ja im Grunde rüberbringt, sondern ich fand auch Michael Grimm als Sprecher wirklich großartig. Der hat vieles atmosphärisch rübergebracht, was auch einfach perfekt gepasst hat zu dieser Geschichte. Das Hörbuch waren knapp 14,5 Stunden und ich fand das wirklich toll. Es gibt noch ein Buch vom Autor über Nashörner, das gibt es aber noch nicht im Deutschen. Und es gibt eben auch aktuell ein Buch von seiner Frau, Françoise, die wir in der Geschichte natürlich schon kennen, weil die gibt es zur damaligen Zeit auch schon, die uns eben auch so ein bisschen was über die Trauer erzählen, die sie eben nach dem Tod ihres Mannes empfunden hat und wie es dann eigentlich so mit dem Lodge und so weitergeht. Also ich glaube, auch ein Buch, was demnächst bei mir einziehen wird, weil ich schon neugierig bin, wie geht das Leben weiter ohne diesen Flüsterer der Tiere. Und ja, es hat mich doch dann schon auch ein bisschen getroffen, als ich geguckt habe, was ist aus diesem Mann geworden und dann halt lesen musste, okay, 2012 verstorben, Südafrika, Herzinfarkt, also zumindest nicht irgendwie im Konflikt scheinbar mit Wilderern oder sowas. Das ist ja so immer die Angst, die mich auch im Hörbuch begleitet haben, wo ich dann gehofft, die Schreckenheit von nichts zurück. Na und eigentlich, ja, wir Menschen sind manchmal schon, wahrscheinlich noch manchmal. Ja, das E-Book gibt es aktuell, habe ich gesehen, für drei Euro. Also jeder, der gerne liest oder sowas auch gerne liest und vielleicht nicht zum Hörbuch greifen möchte, der sollte hier einfach zugreifen. Kann ich wirklich absolut empfehlen, war für mich ein absolutes Highlight, weil es ist natürlich auch sowieso immer schwierig, eine Biografie zu beurteilen. Also ich finde, wenn jemand was auf wahren Begebenheiten schreibt, kann ich mich ja gar nicht als Außenstehender hinstellen und das irgendwie beurteilen, weil das Leben von demjenigen, welchen war halt einfach so, wie es ist. Und so ist es natürlich auch hier. Wir haben hier eine wahre Geschichte und ja, was soll ich da, also was soll ich da kritisieren? Aber man kann natürlich schon beurteilen, wie eindringlich ist etwas geschrieben, wie realistisch kommt einem das vor, wie wird es erzählt, mit welcher Ernsthaftigkeit wird es erzählt. Und das hat für mich Lawrence Anthony wirklich großartig gemacht und auch einfach die Emotionen, die er in mir ausgelöst hat. Und dass man eigentlich bei einem Buch, was jetzt keinen klassischen Spannungsbogen hat, hat, dass man trotzdem einfach dranbleiben wollte. Und das hat er für mich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Kann ich absolut empfehlen, sowohl Hörbuch wie natürlich jetzt auch die günstige E-Book-Variante. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das Buch mittlerweile, ja, günstig gebraucht gibt. Schaut euch da einfach mal um, wenn euch das interessiert. Am Ende der Geschichte sozusagen machen wir auch den Schwenk nach Bagdad und auch das fand ich mega spannend erzählt. Also großartige Geschichte, die ich, ja, denke ich, doch ein bisschen länger mit mir herumtragen werde. Ja, und jetzt tut es mir unglaublich leid, sagen zu müssen, dass so meine Enttäuschung der Woche der vierte Teil von Aragon, nein, Aragon, Aragon war, da haben wir schon, ne? Das Erbe der Macht von Christopher Paoligi. Die Reihe fing so grandios an und ich war selbst ganz verwundert, wie schnell ich jetzt eigentlich, ja, schon am letzten Teil bin. Ich habe ja Teil 1 und 2 in einer Woche weggesuchtet, habe dann direkt den dritten Teil gelesen und jetzt, glaube ich, zwei Wochen andere Bücher gelesen, Rezensionsexemplare vorwiegend, um die einfach vor dem Urlaub, ja, auch gelesen zu haben, damit sie auch rezensiert wurden und wollte jetzt aber vor meinem Urlaub doch noch die Reihe abschließen und, ja, habe sie jetzt hier reingepackt. Zudem wollte ich auch, dass ihr einfach den Abschluss habt, bevor dann in der nächsten Woche, ja, das letzte Video vor der Sommerpause sozusagen kommt. Ja, wir, ja, ich bin wirklich ein bisschen sprachlos über den vierten Teil, weil ich tatsächlich ganz schön enttäuscht bin. Äh, der Auftakt, die ersten beiden Teile waren grandios, Teil 3 hatte schon die ein oder andere Länge und, äh, es geht in Teil 4 eben einfach nahtlos weiter mit Aragorn und Saphira und wir sind in Algaesias, ich glaube, so spricht man es auch aus und, ähm, ja, wir haben natürlich jetzt den letzten Teil, dementsprechend sind alle Schachfiguren irgendwie bereit und, äh, ja, ein Finale steht bevor. Es ist eine grandiose Jugendbuch-High-Fantasy-Reihe. Es sind tolle Ideen, die Christopher Paolini hatte und es ist eine Wahnsinnswelt, die er erschaffen hat und auch ganz, ganz tolle Charaktere, die man ins Herz schließt, mit denen man mitfiebert, wo man einfach irgendwie auch hofft und bangt und traurig ist, wenn etwas passiert und auch diese Idee dieser Drachenreiter, dass wir Drachen haben. Ich bin einfach ein Fan von Drachen und ich sehe in meinem Regal jetzt schon immer, ähm, der Sommerdrache hier stehen und ich glaube, dass das demnächst auch ein Buch ist, zu dem ich greifen werde und ich, ich merke, dass mit Drachen ich unglaublich viel anfangen kann, dass ich diese Welt da herum liebe, dass ich diese mystischen Geschöpfe einfach großartig finde und ich finde auch, dass Christopher Paolini das ganz, ganz toll gemacht hat. Leider muss ich aber sagen, waren die Längen hier drin manchmal schon erschreckend lang. Es war manchmal sehr langweilig, es gab viele Wiederholungen, es gab viele Erklärungen, die es für mich in einem vierten Band eigentlich nicht mehr gebraucht hätte. Es passierte relativ wenig, beziehungsweise ist das, was passiert, manchmal sehr schnell gegangen, beziehungsweise manches hat dann auch wieder die Geschichte gar nicht weitergebracht, sondern man drehte sich so im Kreis. Es gab so manche Momente, wo ich gelesen habe, dann irgendwann merkte, oh, da sind die Gedanken abgeschweift und ich aber dachte, ach nee, du blätterst jetzt nicht wieder zurück. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man im Nachgang hergehen würde, die Reihe überarbeiten würde, man könnte da locker drei Bücher draus machen, also man hätte da nicht 4000 Seiten, sondern knapp 3000 Seiten, weil man im dritten und vierten Teil sehr viel wegkürzen könnte. Und ich bin, weiß Gott, überhaupt kein Freund davon, sowas zu sagen, weil ich liebe es, wenn Welten ausschweifend sind, wenn viel passiert, wenn uns das bildhaft erzählt wird, aber wenn es dann einfach langweilig und wiederholend wird, dann bin ich davon eben einfach kein Fan davon. Zudem, und ich spoilere jetzt nicht das Ende, muss ich aber doch sagen, dass es mich sehr, sehr an Herrn der Ringe erinnert, jetzt nicht Wort für Wort oder ähnlichem, aber man hat schon definitiv gemerkt, ja, ja, selbst wenn man Game of Thrones Staffel 8 kennt und das Ende so von einem zwei Charaktere kennt, hat man so das Gefühl, es gibt manchmal keine andere Lösung scheinbar, als so zu handeln, wie es auch in Aragorn passiert. Es gibt sehr viele Momente, die mich in der Aragorn-Reihe auch an Herr der Ringe erinnern, an Mittelerde erinnern und auch die Freundschaften, die darin gefunden werden, dass man manchmal schon meinen könnte, naja, ja, kennen wir. Also es heißt, Zwerge mit Elfen und Menschen mit Elfen und, na, die Hobbits fehlen im Grunde nur. Ich hatte den Eindruck, dass der Autor einfach keinen Bock mehr auf seine Geschichte hatte. Ihm ist irgendwie nichts anderes eingefallen, und er fand dann nur noch diese Lösung gut und dann sind wir prompt auch auf diese Lösung irgendwie hin. So dieses große Finale war dann noch nicht so groß, wie es drei Bände angedeutet wurde. Es bleiben auch einige Erzählstränge und Charakterbeziehungen offen, die werden nicht abgeschlossen und es war irgendwie die Luft raus und das finde ich so, so schade. Ich möchte gar nicht behaupten, dass ich es besser könnte. Das wäre ja sehr vermessen, aber, ja, es ist halt ein bisschen enttäuschend. Also es ist eine großartige Reihe, keine Frage, aber der vierte Band, also da quält man sich wirklich durch 990 Seiten, weil man sich denkt, ein Drittel locker hätte man nicht gebraucht. Und ich frage mich auch einfach, warum man das so zugelassen hat. Also warum es Wiederholungen gibt, warum es Erklärungen von Dingen gibt, die es seit Band 1 gibt. und das wäre so, wie wenn einem jemand nach 50 Jahren nochmal jemand erklärt, wie man eine Toilette benutzt. Also es ist, leider, also es ist wirklich enttäuschend und das tut mir tatsächlich sehr, sehr weh, weil ich es gerne komplett als Reihe gefeiert hätte. Aber gut, was will man machen? Ja, das ist ja die alte Ausgabe, die von meiner Freundin ausleihen durfte. Die neuen Ausgaben sehen ja um Längen schöner aus. Ich glaube jetzt aber doch, nachdem der vierte Teil so ein bisschen ein Flop für mich war, dass es wahrscheinlich beim ersten Teil bleiben wird, auch wenn ich die Reihe optisch richtig, richtig schön finde. Und ich glaube, ich hätte mir gerne die neue Reihe komplett ins Regal gestellt. Aber, ja, so gebe ich den vierten Teil zurück und bin natürlich dankbar, dass ich sie gelesen habe. Aber, ja, ein Re-Read wird es groß wahrscheinlich, nein, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Ja, alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox, wie sonst auch, weitere Infos. Ich habe ja einiges auch ein bisschen verlinkt und guckt da gerne mal vorbei. Schaut euch um und da findet ihr alle Infos. Ja, zumindest habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt. Es nützt jetzt auch gar nichts, heute groß viel dazu erzählen, weil entweder seid ihr da oder es ist wahrscheinlich für viele zu spät. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe in der Woche jetzt die fünfte Staffel von Downton Abbey beendet, bin jetzt mitten in der sechsten Staffel und denke, werde die jetzt auch bis Donnerstag sozusagen beenden und am Freitag geht es für mich ja dann schon weg und, also, oder ging es weg? Also, es ist ja, ihr wisst. Ja, und dann habe ich die Reihe ja vor meinem Urlaub dann auch beendet, sodass ich dann im August erstmal serienfrei bin. Mal sehen, was mich sonst ein bisschen anlächelt. Aktuell zieht es mich gerade noch nicht so richtig irgendwo hin. Ja, aber das kann sich ja relativ schnell ändern, wenn man mal irgendwas entdeckt, was einen dann doch irgendwie lockt. Dann habe ich in dieser Woche Yesterday im Kino gesehen und, ja, Yesterday ein sehr cooler Trailer. Es geht ja um die Beatles und dass wir einen jungen Musiker haben, der nicht so richtig erfolgreich ist und der irgendwie einen Autounfall hat. Die Welt hat einen Stromausfall und, ja, scheinbar ist er der Einzige, der sich dann noch an die Beatles erinnert und auch ein paar andere Dinge, die da drin vorkommen. Und, ja, er singt dann eben einfach einen Beatles-Hit nach dem anderen. Die Leute sind begeistert, finden die toll, was natürlich auch eine Liebe zu den Beatles-Songs sein wird, um einfach zu sagen, die Lieder funktionieren immer und, ja, wird dadurch einfach erfolgreich. Er trifft auf Ed Sheeran, was ich großartig finde und, ja, jetzt können manche mit den Augen rollen, aber ich finde den Auftritt von Ed Sheeran als er selbst wirklich klasse und fand den Film von der Idee wirklich großartig, fand vieles sehr lustig und unterhaltsam, aber irgendwann war so ein bisschen die Luft raus. Also, es hat auch eben kein Ed Sheeran geholfen, den Film besser zu machen. Ja, es war irgendwie okay. Also, man kann ihn gesehen haben, muss es aber keinesfalls und man muss auch nicht unbedingt ein Beatles-Fan sein, um den Film gut zu finden beziehungsweise um halt auch mitzusehen oder wie auch immer. Er selbst sagt ja dann auch irgendwann, ja, ich erinnere mich gar nicht so richtig an die Texte und spätestens, wenn aus Hey Jude Hey Dude wird, weil keiner versteht, dass Hey Jude ja ein Song für John Lennons Sohn war, für Julian, wo dann ja der Jude herkam und er natürlich keine Begründung hat, warum dieses Lied so heißt und dann irgendwann Ed Sheeran auf die Idee kommt, also Jude, das klingt schon ein bisschen komisch, machen wir da Jude draus? Also es hat sehr viel Komik, sage ich mal, es hat sehr lustige Gedanken, auch sehr geil, es gab ja das Album The White Album von den Beatles und dass dann der Plattenboss da steht und sagt, wir können hier doch kein Album das weiße Album nennen, also wie denn das bei den Menschen ankommt und wie rassistisch das ist und man sitzt so da und denkt sich, ja, da haben sich vor 50 Jahren andere aber keinen Kopf gemacht, vor allem hatte es ja gar nicht diese Bedeutung und also ich fand es großartig, also es gab viele lustige Momente, die ich gefeiert habe, alles in allem war die Story aber schon sehr langweilig, sehr lahm, sehr vorhersehbar und am Ende, ja, war ich auch nicht sehr glücklich darüber, also auch das Ende konnte mich da nicht mehr so richtig überzeugen, ich glaube, wäre ich nicht im Kino gewesen, hätte ich umgeswitcht, also ich glaube, wenn das ein Film auf Netflix gewesen wäre oder im Fernsehen wäre, hätte ich nach der Hälfte, glaube ich, gedacht, ach naja, das ist sowas Profanes und ja, obwohl es wirklich stark anfing, einen coolen Humor hatte, Ed Sheeran dabei war, ja, wobei er halt Sänger ist und kein Schauspieler, das muss man auch ganz klar sagen, ja, es, ja, es war irgendwie okay, aber man muss ihn kein zweites Mal sehen, man muss ihn, glaube ich, auch gar nicht sehen, ja, vielleicht mal im Fernsehen, wenn er mal im Fernsehen läuft oder auf Netflix kann man reinklicken, aber, ja, das soweit zu der Woche, was war ansonsten ein bisschen, wir hatten ein Firmensommerfest, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, habe auch, ja, ein Bild dazu auf Instagram gepostet, ich mit Luftballons, die ich ja eigenhändig aufgeblasen habe mit meiner Freundin und Kollegin und, ja, die irgendwann, weil es so heiß war, dann auch durchaus zerplatzt sind, was dann irgendwie nicht mehr so lustig war, aber, ja, ich hatte Spaß, war ein toller Tag, wir hatten schönes Wetter, hat es mich auch, ja, sonnentechnisch tatsächlich ein bisschen erwischt, man denkt eigentlich gar nicht so richtig darüber nach, dass das dann doch irgendwie mal so ein bisschen kraftvoller ist, aber, ja, war ein schöner Tag, war ein schöner, war ein schöner Samstag und, ja, der Urlaub ist nah, der August ist nah, die Sommerpause ist nah, nächste Woche gibt es noch eine Bücherwoche, ja, da bin ich ja noch nicht im Urlaub, bin ich ja noch nicht in der Sommerpause, es wird dann auch noch die Neuzugänge geben, die werde ich, denke ich, dann, ja, irgendwie nach Münster drehen, vielleicht zieht ja auch in Münster noch irgendwas bei mir ein und, ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen, schaut, wie gesagt, gerne in die Infobox, da findet ihr alle Links und, wer noch Lust hat, kommt nach Münster, heute Samstag, 11 Uhr, ja, noch ist ja Zeit, wenn ihr das Video recht früh seht, würde ich mich freuen oder ich freue mich auf dieses Treffen und, ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.